Wir, die Azubis Erklärer Azubis, haben wieder eine Aufgabe für euch. Und zwar, ein Mitarbeiter aus dem Einkauf möchte 100 Kugelschreiber bestellen. Der Einzelpreis des Kugelschreibers beträgt 50 Cent. Der Lieferant gewährt einen Mengenrabatt von 10%. Bei Zahlung innerhalb 10 Tagen erhält der Einkäufer 5% Skonto. An Frachtkosten werden 10 Cent pro Kugelschreiber fällig. Wie hoch ist der Bezugspreis? Drückt auf die entsprechende Schaltfläche und schaut, ob die richtig liegt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017